Es gibt einen Server mit einer Liste von VIPs, die in Casitas Resort waren. Hacken Sie den Server und holen Sie die Liste. Bowman, wir sind in Agua Verde fertig. Die VIPs kommen nicht wieder und wir haben Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir's Seite. Bowman Ende. Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casitas sein, wenn Els Rennieo dahinter kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casitas sein, wenn Els Rennieo dahinter kommt. Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Mariannengrabens. Leute wie Casitas überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf und leitet ein Ressort an der Riviera oder so. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Casitas. Wir sind Tangos, ziemlich nah. Die Drohne ist oben. Ich sehe zwei Sicarius. Ich sehe einen Scheißdreck, meine Drohne wird gestört. Ab noch ein Tango. Und das macht Drei. Tango getötet. Tango getötet. Machen Wörter. Tango getötet. Ich habe ein drittes Ziel. Abschuss. Auf dieser Seite ist alles klar. Achtung, Feindpräsenz. Wir haben einen Sicario mit MP. Los geht's. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Okay, eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Tango getötet. Klingos hijos de su puta madre, metanles la verga a todos esos putos. Básenlos. A partir de la madre con puro pinche cañonazo. Háganlo ahora. Vámonos, cabrones. Klingos hijos de su puta madre. Tango ist tot. Tango ist. Das ist alles gut für hier. Granate, Vorsicht! Bereit machen, Feuer! Okay. Boom, Tango erledigt. A ver, cabrones! El enemigo anda cerca! A partiles toda su pinche madre con unos buenos cañonazos! Olale, cabrones! Yo, hier ist ne Waffenkiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Das ist ein Treffer. Erledigt. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Die Drohne ist hin. Granate fliegt. Nehmt das. Der Strom ist aus. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Granate fliegt. Ein Unitat Vogel. Aufpassen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Die Drohne. Die Drohne. Die Drohne. Das war's für heute. 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 Ich lag falsch. Das war's für heute. 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 Scharfschütze, runter mit dir. Scharfschütze, zieht auf uns. Der Heli ist hinten. Sauber, alles Paletti?